Herzlich Willkommen zurück zu Visage. Letzte Folge kam ja echt gut an bei euch. Ich habe jetzt beim Sound noch ein bisschen was angepasst. Das heißt, der Game Sound wird jetzt ein bisschen mehr ballern, Anna. Ja, jetzt sind wir hier draußen. Okay, wir mal los. Kann die nicht anfassen, die Stofftiere. Moin, Anna, da ist doch so ein Frosch. Okay. Lol, das ist der Mega Panda, Alter. Yo, Panda Man. Alter, da sitzt noch ein Teddy neben oder so. Kann ich da hin? Nee, ne? Alter, da sitzt auch noch das andere Ding. Also, sind wir hier irgendwie in dem Kopf von dem Kind oder in der Traumwelt oder irgendwie sowas? Okay, da leuchtet irgendwas. Ist das jetzt nur so ein... Das ist zwar wenigstens hell. Oh, nee. Hallo. Okay, okay. Lucy. Lucy ist ja das kleine Mädel, ne? Ist ja unser... Ist ja, glaube ich, unser... I'm Lucy. Hello, Lucy. Das sagt der Fernseher. I want to be your friend, Lucy. Okay. Sie hat aber gar keinen Bock drauf. Oh, nein. Friend did it. Wie? Was, der Vogel wurde fallen gelassen? Ich hab den aber auch gerade gehört, oder? Ich hab schon wieder so eine innere Anspannung, weil ich weiß, hier passiert Scheiße in dem Spiel. Du brauchst kleiner Schlüssel. Okay. Ich hab mich... Lass mich doch mal vorbei. Gut, jetzt war ich hier drin. Und was habe ich jetzt getriggert? Ich hab jetzt hier diesen Schlüssel nicht, ne? Ist er vielleicht hier drin im Ass? Weiß auch nicht, warum ich hier schon wieder sitze und diese Spiel spiele. Wahrscheinlich... Also, es ist irgendwie auch ein Reiz. Aber irgendwie... Macht mich das mentalisch wieder komplett kaputt. Was ist das denn? Was war das? Ich hab irgendwas fotografiert. Und ich weiß, dass das Mädel... Also, dieses crazy Mädel-Ala... Hat ja diese Spritze da fallen gelassen. Ich kann hier auch nichts mitnehmen. Ich bräuchte den Schlüssel. Ich bin nochmal ganz kurz an den letzten Speicherstand zurückgegangen. Weil, wir sind ja am Ende der letzten Folge durch diese Tür gegangen. Und jetzt haben wir auch eben gesehen, ich konnte irgendwie gar nichts machen. Und mir fehlt noch so ein Schlüssel. Ich weiß zum Beispiel, dass ihr den Garagenschlüssel habt. Und vielleicht bringt das ja was. Vielleicht... Alter. Also, ich geh jetzt nochmal ganz kurz hier in die Garage. Weil, wir haben ja den Schlüssel. Okay. Ah, hier ist zum Glück Licht, ey. Okay. Eine Kerze. Das ist schon mal geil. Können wir die irgendwie... ...einpacken. Vielleicht können wir irgendwann die gebrauchen. Alter, das sieht hier auch aus. Meine Fresse. Warte, das ist doch nicht dunkel. Aber doch... Oh, scheiße. Wir wollen eigentlich den kleinen Schlüssel nur finden. Für die Kiste im Baumhaus. Oh, Gott. Was ist das hier? Okay, hier liegt richtig viel Müll rum. Was ist das? Eine Flasche? Okay, okay. Ich darf ja nicht zu lange in der Ecke hocken. Da rastet der aus. Oh, hier ist ja noch eine Tür. Hä, verschlossen? Die ist doch nicht verschlossen. The fuck? Hallo? Scheiße, Bruder. Was? Nein, 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 nein. Geh weg. Alter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, Bruder. Oh, scheiße, Bruder. Oh, Gott. Da war ein Schatten. Mann, da kommen die ganze Zeit Geräusche raus. Alter. Oh, nein. Was ist das denn hier? Ach, wir sind wieder unten irgendwo. Oh, hier geht kein Licht. Oh, ich muss hier wieder raus, ey. Ich, Alter. Mich schauert so heftig gerade. Holy shit. Okay. Letztes Mal war richtig kacke. Also im Vergleich zu jetzt. Ich bin ja jetzt schon im Arsch. Kann ich dich hier diese Kettensäge nehmen, Alter? Nee. Ja, klar nicht. Als ob da so Rauch ist. Ah! Oh Gott, ich hab mich... Oh! Ich hab mich vor meiner eigenen Kamera anschraubt. Oh, nein! Oh, nein! Oh, es geht schon wieder, Mann! Oh, es sieht krass aus, ey. Scheiße, Bruder. Oh, mein Herz. Ich schaff das nicht. Ich kann das Spiel nicht spielen. Aber es ist noch komplett fertig. Ich raste komplett aus. Hier, schnell. Schmeiß dir was ein, Bruder. Pack dir da schön ein paar Pillen in die Rüstung hier. Oh, nee. Ich hör hier schon wieder Geräusche und alles. Hier, komm. Oh, nee. Oh, nee. Ich weiß ja nicht, ob in dem Raum da überhaupt was ist. Licht aus ist immer richtig schlimm. Feuerzeug. Feuerzeug, Feuerzeug. Feuerzeug ist muy importante. Okay, hier haben wir den Garagestüß. Ich weiß gar nicht, auf welcher Etage ich mich jetzt ungefähr befinde. Warum geht die zu? Jetzt hab ich schon wieder... Oh, nee. What? What? Wir sind jetzt wieder in dem Raum, wo wir ganz am Anfang rausgekommen sind. Ja, hier ist wieder dieser Raum. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt sinnvoll war, da die Kerze zu nehmen, aber... Okay. Also, Garage hat uns aber, außer Angst, nicht viel gebracht gerade. Ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ja, gut. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich in diesen Raum da unten noch, ne? Oh, nein. Ich will das nicht. Ich will da nicht rein, ey. Oh, nee. Hallo. Ja, ja. Ach so. Oh, ich kann doch von der anderen Seite rein. Hab ich den Kühlschrank aufgelassen? Wir brauchen noch den kleinen verfickten Fickerschlüssel. Oder krieg ich den im Wald? Oh, vielleicht im Zimmer von dem Mädchen. Und den, ey. Ah, nein. Oh, scheiße. Komm, hau ab, bitte. Ach, du scheiße. Bist du hässlich, Alter. Oh, nö. Du verpiss dich, ey. Hau rein. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Scheiße, 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 scheiße. Ihr denkt vielleicht, dass das gespielt ist oder so, ne? Aber ich kack mich hier wirklich ein, wenn ich das Ding seh. Warum die immer so flackert, wundert mich jetzt nicht. Wie, die Kamera ist jetzt im Lagerraum verstaut. Warum? Hallo. Ich suche eigentlich nur den Schlüssel für die Kiste. Oh Gott. Jetzt ist ich gerade so rückartig umgedreht. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Das Bild ist weg. Ja, ich höre dich auf dem Dachboden. Lass mich in Ruhe. Oh, okay. Ich gucke jetzt noch. Ah! Komm doch. Okay, wir gehen wieder raus. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Schlüssel finden. Vor allem... Leute, das macht mich alles fertig. Konzentration. Wir können das. Wir gucken jetzt alles nochmal kurz ab. Ob es irgendwie sowas wie einen Schlüssel gibt. Weil jetzt habe ich auch gar keinen mehr. Ich habe jetzt für jede Tür... Also jeden Schlüssel, den ich hatte, habe ich für jede Tür, die ich damit aufmachen konnte, aufgemacht. Wir waren jetzt auch im Haus mehr oder weniger überall drin. Und jetzt sind wir hier. Und hier sollen wir ja scheinbar auch hin. Aber hier müssen wir doch diesen kleinen, verfickten Fixschlüssel haben. Ich habe nur so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier jetzt dann weiterkommen. Und es geht wohl irgendwie um diesen kleinen Vogel. In dem Käfig. Das haben wir auch im Login-Screen gesehen. Und warum hier überall diese... Ich kann die halt nicht anwählen. Ui. Das, was mich mit dem Mädel eben die ganze Zeit getriggert hat, ist, dass sie auf einmal da war. Das war so... Das war wirklich so Jumpscare-Moment, ey. Weiß ich nicht. Beim letzten Mal habe ich ja versucht, mich der Angst zu stellen. Weil mich immer so irritiert hat, die immer so flackert da irgendwie. Hat die Leck im Kopf oder was? Und ich weiß gar nicht, ist das jetzt meine Frau... Äh, meine Frau. Ist das meine Tochter da? Mein Mädel? Ist das Lucy? Und sie wurde irgendwie von diesem Dämon befallen oder was? Oder wie ist das? Den kann ich jetzt anfassen. Die anderen alle nicht. Ja, hier komme ich jetzt hoch. Was ist mit diesen beiden da hinten? Die Großen. Da ist auch irgendwas. Oder denke ich jetzt hier zu kompliziert? Ich habe da eben beim ersten Mal oben nichts mit mehr. Und ich habe jetzt auch die Kamera nicht mehr. Die wurde einfach weggelagert. Okay, wir gucken jetzt nochmal, ob der hier vielleicht irgendwo versteckt ist oder so, der Schlüssel. Vielleicht ist es ja... So kann die sogar so drehen. Vielleicht ist er hier hinter irgendwo. Wir suchen ja immer noch diesen Schlüssel. Ich habe Angst, Alter. Ich habe so Angst. Ich habe Angst. Hör, ich habe jetzt noch etwas Angst. Und ich habe nur noch etwas Angst. Ich habe nur noch ihn mit dir geleidet. Hör, ich bin mit mir. Hör, ich bin mit mir, Lucy. Hör, ich bin mit mir, Lucy. Das war da s Arbeit. Hallo? Nein, Alter, da kommt jetzt irgendwas reingekrabbelt, oder? Scheiße. Oh, sorry! Zip! Auf jeden Fall geht's. Auf jeden Fall geht's. Na. Auf jeden Fall geht's. Listen, 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 listen. Ich bin wieder im Keller. Oh, nein! Äh, äh, hallo? Die Lampe geht gar nicht, Ala. Hier sind alle Dinger rausgeprügelt. Komm ich nicht jemals raus, ey. Was mach ich denn jetzt? Erstmal eine Pille, Ala. Hier ist eine Kerze. Komm mal, hier sind Kerzen. Feuerzeug ist leer. Hä, jetzt ist das hier an? Wollt ihr mich nicht rollen? Hallo. Oh Gott! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Schmeiß dir was ein. Schnell, Junge. Hier gehen wenigstens die ganzen Schalter. Nein. Nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Achso. Untertitelung, zuvor. Schnell, pipe. ix zonen potomuer. Bis zum nächsten Mal.